Dieses Schwert wurde geschmiedet aus einem flammenden Stein, der aus den Sternen zur Erde fiel. Es ist das Symbol für Ruhm und Tapferkeit. Was siehst du? Einen Jungen oder einen Kaiser? Großes ist für ihn vorherbestimmt. Das Schwert muss gefunden werden, damit die letzte Schlacht gewonnen wird. Am Fuße dieser dunklen Hügel nahm die Legende ihren Anfang. Das Schwert gehört in die Hände dessen, der bestimmt ist, zu herrschen. Die letzte Stunde Roms hat geschlagen. Heil Cäsar! Unsere einzige Hoffnung ist die letzte Legion. Schieß! Feuer! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Teruh Untertitelung des ZDF für funk, 2017